Ja, moin Leute, ich bin's, der Musikproduzent Sören Schnabel. Es ist was passiert, und zwar ist passiert, dass der Star-DJ, ich bin eigentlich mit DJs nicht so im guten Fall, es ist auch DJs gehabt, die hier bei mir produziert haben, mich verarscht haben. Aber ganz davon abgesehen, es ist Jahre her, ist jetzt ein DJ aus Stockholm, der Avicii oder Bergling, Tim Bergling, genau, kann mir mal einer kommentieren, ist im Oman tot aufgefunden worden und war wohl, ja, 28 Jahre halt nur geworden und ich weiß nicht, was er da unten gemacht hat, warum er sich da rumgetrieben hat. Also bei Katar ist das, wo Oman, das ist ja irgendwo im arabischen Emirat oder Ländern, ja, dort ist er tot aufgefunden worden und viele, viele trauern, auch David Guetta, hier Felix Sehn, wo ich auch sagen muss, war, ich höre es jetzt nicht so an, was ich geil, ich habe gestern einen unheimlich geilen Remix gehört, einen unheimlich, wirklich, das ist so zwischen Two-Step und Haus gewesen, unheimlich geil, auf Delta Radio und da muss ich sagen, das war fett, also in die Richtung würde ich auch gerne mal wieder was produzieren. Ich habe vor einigen Jahren mal Two-Step angefangen, aber das kam in der Disco halt nicht so gut, weil es nicht so in war, aber es klang unheimlich geil, was ich da produziert habe. Vielleicht gibt es ja draußen wirklich noch einen DJ, der mal mit mir so einen Remix machen würde, der auch am, ja, muss nicht so ein Bekannter sein, Hauptsache es ist geil. Wisst ihr, ich glaube, diese ganzen Namen, so wie Nike und Adidas, ich glaube, die braucht man nicht, Hauptsache der Schuh sitzt. Und genauso ist es mit dem DJ. Es ist natürlich traurig, dass er da gestorben ist, warum, weiß keiner. Jedenfalls, das wollte ich euch mitteilen, das stand gerade in der Bild. Und wie gesagt, Star-DJ-Avici, RIP, rest in peace auf jeden Fall. Peace, bro. Und ja, es ist natürlich traurig, dass er da nicht weitermachen konnte. 2016 allerdings hat er sich aus dem Biss rausgezogen. allgemein. Vielen Dank.